Das hier ist die Nintendo Switch OLED, das hier ist die normale Switch, aber was ist eigentlich der Unterschied? Der größte liegt hier im Bildschirm. Während die normale Switch ein LCD-Display nutzt, nutzt die OLED, wie der Name schon sagt, ein OLED-Display. Das bedeutet, die Farben sind viel kräftiger und schwarz ist doch wirklich ganz dunkel. Nebenbei ist der Bildschirm auch noch ein bisschen größer. Außerdem hat die OLED-Variante einen besseren Kickstand und das Ladedock ist endlich mit einem LAN-Port ausgestattet. Wenn du also das erste Mal eine Switch kaufst, dann hol dir die OLED-Variante. Für ein Upgrade von einem normalen Switch reicht es jedoch nicht.